Und wenn es E.T. wirklich gibt, werden wir ihn finden. Und wir werden das Universum völlig anders begreifen als heute. Vielleicht gibt es im Universum noch eine andere Schöpfung. Es muss noch andere Intelligenzen geben, so groß wie das Universum ist. Wir sind nur ein Teil von diesem riesigen Sonnensystem. Da muss noch mehr sein. Man will gar nicht drüber nachdenken, dass sie herkommen mit ihrer überlegenen Technologie und hier alles zerstören. Das wäre eine wichtige Nachricht, ob wir alleine sind. Ein Zufall der Natur. Kurz vor Sonnenaufgang in der Sierra Nevada. Rick Forster muss früh zur Arbeit, denn heute Morgen bekommt der Wissenschaftler ein neues Instrument. Eine Satellitenschüssel von sechs Metern Durchmesser. Viel Spaß. Danke, bis später. Rick lebt hoch im Norden Kaliforniens, weit entfernt von Menschen, Städten und Flugzeugrouten. Mit dem alten Ford Pickup fährt er jeden Morgen zu seinem außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Eine Abhöranlage, die das Weltall nach Außerirdischen durchsucht. Rick ist Astronom und gehört zu einer kleinen Elite von Wissenschaftlern, die die vielleicht unheimlichste Grundlagenforschung der Welt betreibt. Sie nennen es SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Wir suchen nach Radiowellen, die jemand in unsere Richtung sendet. Was wir also voraussetzen, ist eine intelligente Zivilisation, die eine Technologie hat, mit der sie solche Radiowellen erzeugen kann. Und dann muss diese natürlich auch noch versuchen, uns zu kontaktieren. Die Chancen von SETI liegen in der Strahlung des Weltalls. Antennen empfangen ein Rauschen, das so klingt wie ein Radio, bei dem kein Sender eingestellt ist. Rick jagt Signale, die sich von diesem Rauschen abheben. Gerade hat er eins entdeckt. SETI ist die Suche nach einem Signal, das so komplex ist, dass es nur von hochentwickelten Zivilisationen stammen kann. Und dann schlagen die Überwachungskomputer Alarm. Das ist genau das, was die SETI-Rechner aus dem Rauschen herausfiltern sollen. Es hebt sich stark vom Hintergrundrauschen ab. Alle diese Punkte sind viel schwächer als das Signal. Das ist also schon sehr nah an dem, was wir suchen. Leider hat es aber den Test nicht bestanden. Diese Frequenzen sind genau auf einer Wellenlänge, die von Satelliten beansprucht wird. Das ist keine Nachricht von einer außerirdischen Zivilisation. Das ist nicht eine Transmission von einer extraterrestrieren Zivilisation. Doch wo ist E.T.? Ist der neuen Hirn gespinst? Oder sind die Antennen der Forscher noch zu schwach, um ihn aufzuspüren? Um diese Frage zu lösen, rüsten Rick Forster und Kollegen nun auf und bauen das sensibelste Ohr aller Zeiten. Das Allen Telescope Array. Wo früher eine Antenne stand, sollen es nun hunderte werden. Nach jahrelanger Suche, die nur Fehlalarme hervorgebracht hat, braucht SETI dringend Erfolge. So soll die Teleskopanlage nach den Plänen der Forscher aussehen. Ein Park von 350 Antennen, die alle miteinander verbunden sind. Aus den vielen Signalen berechnet ein Supercomputer einen Datenstrom, der von den Forschern analysiert werden kann. Der große Lauschangriff auf die Lebewesen des Weltalls kann beginnen. Bis jetzt haben wir noch keine außerirdischen Signale entdeckt. Aber SETI hat niemals ein eigenes Instrument für diese Suche besessen. Mit unserem neuen Array werden wir rund um die Uhr arbeiten. Und wir könnten schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Antwort haben auf die Frage, Sind wir allein? Werden wir schon im nächsten Jahrzehnt Kontakt haben? Diese Vorstellung verlangt viel Fantasie. Und doch halten Wissenschaftler es für wahrscheinlich, dass sich in den Tiefen des Universums intelligentes Leben entwickelt. Unser Sonnensystem ist ja nur eines von Milliarden Sonnensystemen in der Milchstraße. Ein kleines Fleckchen am Rande unserer Galaxie. Wohnen Nachbarn auf einem der anderen Flecken? Auch die Milchstraße ist nur eine unter Milliarden Galaxien im Weltraum. Viel Platz für kosmische Nachbarn, dachte sich ein Astronomie-Professor und begann 1960 nach ihnen zu suchen. Mein Name ist Frank Drake und ich habe die erste wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz durchgeführt. Frank Drake gilt unter Astronomen heute als Legende. 1960 gehörte die Suche nach Außerirdischen noch ins Reich der Groschenromane. Doch Drake sah die Chance, unseren Horizont zu erweitern und startete den ersten Versuch, Kontakt zu den Sternen aufzunehmen. Unsere Suche konzentrierte sich auf die zwei erdnächsten Sterne. Mit unserem einkanaligen Empfänger durchsuchten wir zwei Monate lang die Frequenz des Wasserstoffatoms. Signale haben wir dabei nicht gefunden. Trotz des Misserfolgs hatte Drake eine neue Wissenschaft ins Leben gerufen und fand weltweit Nachahmer. 1977 wurde in Ohio ein Signal entdeckt. Eine rätselhafte Zahlenkombination. Der Astronom Jerry Eman schrieb begeistert auf den Computerausdruck Wow. Doch nach 72 Sekunden war das Signal wieder verschwunden. Fieberhaft versuchten Astronomen es wiederzufinden. Ohne Erfolg. Bis heute ist ungeklärt, was das Wow-Signal wirklich war. Eine Botschaft von den Sternen oder nur ein Störsignal? Der Kreis der SETI-Forscher ist klein und exklusiv. Eine verschwiegene Gruppe von internationalen Spezialisten. Sie haben ungewöhnliche Biografien und Berufsbilder, die in keine Schublade passen. Ich bin Dr. Kent Cullors. Ich bin Physiker und arbeite seit vielen Jahren an der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Ich berate die NASA und die Internationale Astronomische Union. Kent Cullors ist einer der gefragtesten SETI-Spezialisten der Welt. Von klein auf blind holte er diesen Nachteil durch Begabung und Fleiß wieder auf und schaffte es zum ersten blinden Physiker aller Zeiten. Sein Spezialgebiet sind Algorithmen, mathematische Formeln, die aus dem Chaos des Universums einen Sinn herausfiltern sollen. Ich habe Methoden entwickelt, um fernsehähnliche Signale und Radarsignale zu finden. Mithilfe von Computern konnte ich diese Methoden vereinfachen, sodass wir die Arbeit heute hundertmal schneller machen können als jemals zuvor. Das bedeutet nicht, dass sie einfach zu finden sind. Wahrscheinlich sind sie schwach oder aber komplex. Die Suche geht schnell voran. In 50 Jahren werden wir nicht nur 100 Sterne, sondern die ganze Galaxie durchsucht haben. Als blinder Physiker verbringe ich viel Zeit damit, Dinge zu visualisieren. Denn wenn ich kein Bild von der Situation habe, weiß ich auch nicht, ob meine Berechnungen Sinn machen. In der Physik versuchen wir unsere Sinne zu erweitern. Wir betrachten dabei das große Ganze und das allerkleinste. Ich suche nach etwas, das verständlich ist, aber sehr weit weg. Und irgendwie ist das eine weitere Form meiner Kontaktaufnahme mit der Außenwelt. Im Alltag ist Kent auf Hilfsmittel angewiesen. Auf seinen Sprachcomputer, mit dem er mathematische Formeln in Blindenschrift tippen kann. Und seine aufklappbare Uhr. Vielleicht ist seine Expertise so gefragt, weil er täglich neue Wege zur Dechiffrierung einer unsichtbaren Welt entwickelt. In Johannesburg wird jetzt ein Riesenteleskop geplant, das bis an die Grenzen des Universums blicken soll. Das SKA. Kent Cullers ist zu einem ersten Briefing im Planungsbüro. Das Teleskop ist auf die Entdeckung des Unbekannten ausgerichtet. Da liegt unser großes Plus. Nicht dort, wo wir schon alles wissen, sondern im Bereich der Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen. Das SKA wird schneller arbeiten als alles andere zuvor. Es wird genau auf den Frequenzen arbeiten, auf denen wir SETI-Signale erwarten. Die Signale werden sehr schwach sein. Wir müssen den Standort optimieren, sodass wir sie überhaupt messen können. Vielleicht können wir hier einen neuen Algorithmus entwickeln, der alle radioastronomischen Daten sensibel betrachtet und nach Signalen schaut, die keine natürliche Quelle haben. Bei der Erforschung des Universums soll das SKA alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. 4500 Radioantennen bilden eine gigantische Spirale, die sich über mehrere Länder erstrecken wird. 17 Staaten mussten sich zusammenschließen, um die Baukosten aufzubringen. Anderthalb Milliarden Euro. Den Löwenanteil trägt die EU. Viele Länder haben sich als Standort für das Megateleskop beworben. Und nach einem harten Auswahlverfahren sind jetzt nur noch Südafrika und Australien im Rennen. Beide Länder haben wüstenartige Landstriche, die der Abhöranlage genügend Platz bieten. Das Square Kilometer Array ist riesig im Vergleich zu jedem anderen Radioteleskop. Und perfekt für die Astronomie. Quasi alle Astronomen glauben, dass es Billionen von erdähnlichen Planeten gibt. Und auf einem von denen muss es Intelligenz geben. Seit Jahrtausenden haben Menschen fasziniert die Sterne betrachtet. Gelehrte stellten sich die Frage nach anderen Lebewesen dort draußen. Manche wurden dafür mit dem Tode bestraft. Das Himmelszelt. Eine Glocke, die über einer Scheibe hängt. So zeichnete es der französische Astronom Camille Flammarion noch im 19. Jahrhundert. Schon in der Antike vermutete der griechische Philosoph Demokrit, dass die Lichtpunkte am Himmel entfernte Welten waren. Er glaubte, dass einige von Lebewesen bevölkert seien. Demokrits Zeitgenossen war diese Vorstellung unheimlich. Scheinbar drehten sich die Sterne um die Erde. Nur wenige kluge Köpfe kamen auf den Gedanken, dass die Sterne andere Sonnen sein könnten. Im Mittelalter wurde diese Frage zum Glaubenskrieg. Für den Italiener Giordano Bruno war die Erde ein Planet unter vielen anderen, auf denen auch intelligente Wesen lebten. Diese Ideen riefen bald die Glaubenswächter der katholischen Kirche auf den Plan. Im Vatikan waren neue Ideen über den Aufbau unserer Welt nicht gern gesehen. Wer von der offiziellen Meinung der Kirche abrückte, riskierte harte Strafen. Die Inquisition verlangte von Bruno, seine Ideen zu widerrufen. Doch er weigerte sich. Auf dem Campo di Fiori in Rom wurde Giordano Bruno im Jahr 1600 öffentlich verbrannt. Bis heute wird er in aller Welt als Märtyrer der Wissenschaft gesehen. Erst 400 Jahre später erklärte der päpstliche Kulturrat die Hinrichtung für Unrecht. Eine vollständige Rehabilitierung hat es bis heute nicht gegeben. Castel Gandolfo, die Sommerresidenz des Papstes. Seit Brunos Zeiten hat sich manches geändert im Vatikan. Heute beschäftigt der Gottesstaat ein Dutzend Astronomen, die im Namen der Kirche den Weltraum erforschen. Bruder Guy Consolmenio durchsucht für den Vatikan das All und veröffentlicht Schriften über die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Das ist die große Frage. Würden Sie einen Alien taufen? Nur, wenn die mich darum bitten. Der Jesuit beschäftigt sich mit den Grenzbereichen zwischen Glauben und Wissenschaft. Auch mit der skurrilen Frage, wer eigentlich wen taufen soll, wenn wir jemals auf Außerirdische treffen. Womöglich stellt sich heraus, dass diese Wesen von Methan leben und sterben, wenn wir sie mit Wasser übergießen. Ich glaube nicht, dass wir so eine Taufe haben werden. Andererseits, wir haben ja das Konzept von Engeln und Teufeln. Und die erreichen ihr Seelenheil ja auf ganz andere Weise als wir. Niemand sagt, ich solle herumgehen, um Engel zu taufen. Ich schätze, dass Aliens eine ganz eigene Beziehung zu Gott haben. Und wenn es dann soweit ist und wir wissen, wie wir mit ihnen kommunizieren sollen, dann werden sie und auch wir wissen, dass die Frage nach der Taufe überflüssig ist. Die Päpstliche Sommerresidenz beherbergt neben zwei Observatorien auch ein Labor für die Analyse von Gesteinsbrocken aus dem All. Hier nimmt Konsul Menio Meteoriten unter die Lupe, auf der Suche nach Spuren außerirdischen Lebens. Die Astronomie ist die einzige weltliche Wissenschaft, die sich der Vatikan leistet. Wenn man versteht, wie das Universum funktioniert, erkennt man etwas von der Persönlichkeit des Schöpfers. Man beginnt zu begreifen, wie er die Dinge macht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Planeten entstanden sein könnten. Aber wenn man herausfindet, wie sie wirklich entstanden sind, fängt man an zu verstehen, wie der Schöpfer seine Entscheidungen trifft. Eine von Gottes Entscheidungen mag gewesen sein, von Zeit zu Zeit Gesteinsbrocken auf die Erde fallen zu lassen. Und so ist Guy Konsul Menio auch der Kurator einer der größten Meteoritensammlungen der Welt. Die Männer, die im Mittelalter von der Inquisition verfolgt wurden, würden heute über die neue Offenheit der Kirche gegenüber Außerirdischen ins Staunen geraten. Doch auch die Wissenschaft tat sich lange Zeit schwer mit E.T. Bis in den 60er Jahren plötzlich das Tauwetter kam. Wenn wir von außerirdischem Leben sprechen, meinen wir intelligentes Leben, das uns ähnlich ist. Heute ist es okay, über Leben im All zu sprechen. Doch vor zehn Jahren war es noch nicht okay. Äußerungen im amerikanischen Fernsehen, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. In den 60er Jahren wurden die USA vom SETI-Fieber gepackt. Wissenschaftler glaubten an eine baldige Entdeckung. Und die Regierung gab großzügig Forschungsgelder. 1963 wurde in Puerto Rico das Arecibo-Teleskop eröffnet. Es hat einen Durchmesser von 300 Metern und liegt eingebettet in einem Talkessel. Mit einem solchen Superinstrument schien die Suche nach den Signalen fremder Zivilisationen erst wirklich Sinn zu machen. Die SETI-Gemeinde erwartete nun täglich eine Nachricht von den Sternen. Doch außer dem Rauschen des Alls empfingen die sensiblen Detektoren von Arecibo nichts. Nach mehreren Jahren der Stille machte sich Ernüchterung breit. Geldgeber begannen, am Sinn der Suche zu zweifeln. Das Universum hatte vorerst nur eine Botschaft. Da draußen ist niemand. Ihr seid allein. Unsere Galaxie hat Milliarden Sonnensysteme. Wenn man jeden dieser Sterne auf die Größe eines Sandkorns reduziert, hat man einen Lastwagen voller Sand. Und wir haben erst wenige Sandkörner unter die Lupe genommen. Die würden in meine Handfläche passen. Wir haben gerade erst angefangen, unsere Galaxie zu durchsuchen. Kein Wunder, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Klar, bei dem Tempo würde es tausend Jahre dauern, bis wir genügend Sand durchkämmt hätten. Aber jetzt gewinnt die Suche an Tempo. Es dauert also nicht mehr lange. Willkommen bei Sind wir allein? Ich bin Seth Shostak und heute reden wir über das neue Allen Telescope Array und wie es die Suche nach E.T. gewaltig beschleunigen wird. Ich persönlich habe kein Interesse daran, E.T. in 500 Jahren zu finden. Ich hoffe, wir finden ihn bald, wenn ich noch auf diesen Planeten wandle. Wir sind gleich zurück mit Sind wir allein. Seth arbeitet als Astronom für das SETI-Institut in Mountain View. Eine unabhängige Forschungseinrichtung mit dem Ziel, Außerirdische zu finden. Seine wöchentliche Radiosendung ist nur ein Nebenprodukt. Das SETI-Institut beschäftigt rund 100 Wissenschaftler, die die Entwicklung des Lebens im Weltall erforschen. Ihr wichtigstes Ziel ist jetzt die Entwicklung des Allen Telescope Arrays in Nordkalifornien. Die schwierigste Aufgabe für Seth und seine Kollegen ist immer wieder die Finanzierung ihres Projektes. 15 Jahre lang gehörte SETI zur NASA. Fast die gesamte SETI-Forschung wurde von der NASA finanziert. Sie war nicht besonders teuer, nur ein Tausendstel des NASA-Budgets. Aber das wurde 1993 gestrichen. Die 90er Jahre bringen die Ernüchterung. Ist SETI sinnlos? Eine Verschwendung von Steuergeldern? So sieht es plötzlich der US-Kongress und streicht der NASA alle Gelder für ihre SETI-Forschung. Die Suche nach Aliens, dem Spott auszusetzen, ist nicht schwer. Zumal in 30 Jahren kein einziger Martianer entdeckt wurde, wie ein Senator feststellt. William Proxmire führt eine Hetzkampagne gegen Forschungsprojekte, die er für sinnlos hält. Er verleiht SETI seinen Golden Fleece Award, ein Preis für die größten Geldverschwender der Nation. Die Forscher starten eine eigene Imagekampagne. Zu spät. Die SETI-Abteilung der NASA wird geschlossen. Die Sparer im US-Kongress triumphieren. Die Astronomin Jill Tater war damals die Projektleiterin. Von einem Tag auf den anderen war sie ihren Job los und damit ihre Lebensaufgabe. Die Gelder der NASA zu verlieren, vom Kongress gestrichen zu bekommen, das war schon hart. Wie eine Achterbahnfahrt. Meine Kollegen und ich waren ziemlich am Ende. Das ist der wichtigste Teil des Radioteleskops. Ich finde immer, es sieht aus wie irgendetwas aus einem Flash Gordon Comic. Die Todesstrahlen. Jill Tater ist die Grand Dame der SETI-Forschung. Das Time Magazine wählte sie 2004 zu einer der 100 wichtigsten Personen der Welt. Im Hollywood-Film Contact wurde sie von Jodie Foster verkörpert. Doch 1993 hatte Jill keine Hoffnung, dass irgendjemand eine SETI-Forscherin einstellen würde. Bis Jill begriff, dass sie die Ärmel hochkrempeln und sich selbstständig machen musste. Und dafür brauchte sie Geld. Wir saßen am Konferenztisch und fingen an, Bücher über Spendenbeschaffung zu lesen. Und wir lasen in all diesen Büchern immer nur das Kapitel, wie bitte ich um ganz viel Geld. Wir brauchten eine Menge Geld. Und wir brauchten es schnell. Das bedeutete, dass wir uns auf Spender konzentrieren mussten, die über die nötigen Mittel verfügten. Im Lavagestein der Sierra Nevada werden nun Millionen verbaut. Die Schüsseln des Allen Telescope Arrays finanziert der Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen. Der Milliardär lässt es sich 25 Millionen Dollar kosten, dass die Antennenanlage seinen Namen trägt. Kent Cullors ist unterwegs durch Südafrika, um den Standort für das SKA-Teleskop einer genauen Prüfung zu unterziehen. Nach der Landschaft zu urteilen, ist es ja störungsfrei. Es gibt keine Handys hier, oder? Nein, wir müssen 16 Kilometer fahren, um Handyempfang zu bekommen. Wir haben ein normales Telefon. Leider funktioniert es nicht sehr gut. Aber wir benutzen Funkgeräte, falls es in der Gegend mal Probleme gibt. Und was für Funkgeräte? CB-Funk oder Amateurfunk? Amateurfunk. Willie Lowe ist einer der wenigen Farmer in der verlassenen Gegend. Ihm ist nicht klar, dass er Kent gerade eine schlechte Nachricht überbracht hat. Die Amateurfunkgeräte der Farmer bedeuten Störquellen für das geplante Radioteleskop. Was Sie da im Hintergrund sehen, sind die Reebok-Berge. Man kann bis zum Horizont blicken, ohne einen Menschen oder irgendwas zu sehen. Ja, und die Berge schützen uns vor den Funksignalen. Wir schauen ja weit ins Universum und wollen keine Signale von der Erde bekommen. Der größte Vorteil des Standortes ist seine Trockenheit. Hier fällt monatelang kaum ein Regentropfen. Wir sind auf Orte angewiesen, wo nur wenige Millimeter Regen im Jahr fallen. Ein paar Millimeter dürfen es schon sein, aber eben nicht mehr. Und ich war vorher noch nie an einem Ort, wo die Niederschlagswerte so perfekt für die Radioastronomie waren. Die Frage nach dem Standort eines Radioteleskops gehört zu den schwersten Entscheidungen der Astronomen. Doch eine weitere Frage bereitet ihnen noch mehr Kopfzerbrechen. Welchen der Milliarden Sterne am Himmel soll SETI eigentlich belauschen? Da die Radioteleskope immer nur jeweils einen Stern abhören können, entscheidet die Frage nach dem Wo über den Erfolg der SETI-Forschung. Dem Astronomen Lawrence Doyle bereitet dieses Problem schlaflose Nächte. Und so nutzt er die Nachtstunden lieber für die Forschung und geht zur Arbeit, wenn andere Feierabend machen. Um die Wohnorte unserer Nachbarn im All aufzuspüren, macht er Jagd auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems, genannt Exoplaneten. Sie sind so weit entfernt, dass sie selbst von den größten Sternwarten aus nicht mehr zu erkennen sind. Jahrelang wusste die Wissenschaft gar nichts über Exoplaneten. Astronomen konnten nur vermuten, dass es sie geben musste. Doch gesehen hatte sie noch keiner. Erst 1995 wurde der erste Exoplanet entdeckt. Ein riesiger Koloss. Doch Lawrence Doyle sucht etwas anderes. Sein Interesse gilt kleinen Planeten, die so aussehen wie unsere Erde. Und die sind schwer zu finden. Das Aufspüren von Exoplaneten ist für SETI sehr wichtig, weil wir für unsere Suche die richtigen Ziele brauchen. Soweit wir heute wissen, findet sich Leben auf Planeten. Wenn wir also Planeten mit der richtigen Größe und Entfernung zu ihrem Stern finden, sind das gute Ziele für unsere Suche nach außerirdischen Signalen. Planeten sind so schwer zu entdecken, weil sie im Gegensatz zu Sternen unfassbar klein sind und dunkel. Ein Stern leuchtet mit der Kraft von Millionen Atombomben. Planeten leuchten gar nicht. Um die dunklen Himmelskörper dennoch zu finden, wenden die Astronomen einen Trick an. Ich meisse hier gerade die Helligkeit der Sterne auf diesem Bild. Wir machen Fotos von 50.000 Sternen. Und dann messen wir nach, wie sich die Helligkeit von Bild zu Bild verändert. Daraus ergibt sich dann eine Kurve. Hier hat sich die Helligkeit verändert. Wahrscheinlich, weil ein Planet an diesem Stern vorbeigezogen ist. Der Planet zieht hier vorüber und wirft seinen Schatten auf die Erde. Die Transitmethode ist einer der beliebtesten Tricks von Astronomen, um Exoplaneten zu entdecken. Im Teleskop bleibt er unsichtbar. Doch die Helligkeitsveränderung des Sterns, an dem der Planet vorüberzieht, verrät ihn. Die Forscher können anhand der Daten sogar die Größe des Planeten und die chemische Zusammensetzung seiner Atmosphäre berechnen. Bis heute wurden ungefähr 200 vor allem große Planeten gefunden. Doch Lawrence und seine Kollegen suchen die kleinen, ähnlich unserer Erde. Möglichst mit einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre, denn dort vermuten sie Leben. Ein europäisches Forscherteam hat 2007 den ersten erdähnlichen Planeten entdeckt. Gliese 581c. Eine Sensation für die Astronomie und eine Hoffnung für SETI. Denn nun können Fachleute davon ausgehen, dass Planeten wie die Erde keine Seltenheit sind. Der neu entdeckte Planet liegt in einer Entfernung zu seinem Stern, in der moderate Temperaturen herrschen dürften. Ob es dort Leben gibt, muss noch herausgefunden werden. Ich bin Dr. Paul Schack, Ehrendirektor der gemeinnützigen SETI-Liga, der weltgrößten Organisation von SETI-Begeisterten. Wenn wir annehmen, dass das Universum voller Leben ist, verfügen manche Zivilisationen sicher auch über Radioteleskope. Wir sind gerade in unserer radiokommunikativen Phase und haben die Technologie, um Signale von anderen Sternen zu empfangen. Artificial radio emissions from other stars. My satellite antenna is pointed at the sky But I'm not watching television, let me tell you why I'm searching for existence proof of any alien race By sifting through the microwaves that fall from outer space I'm a part of the search that's known as SETI I'm a believer with a good receiver There are her coherent signals beaming at me And when I find one, then I'll say wow Für kurze Zeit hatte ja die NASA ein SETI-Programm Und obwohl diese Suche auf zehn Jahre angelegt war, zog der Kongress nach einem Jahr den Stecker raus und beendete das Projekt Womit bewiesen war, dass es kein intelligentes Leben in Washington gibt Paul Schack hat ein ausgeprägtes Misstrauen gegen Regierungsorganisationen Seine Devise lautet, selber machen In den 60er Jahren erfand er den ersten kommerziellen Satellitenempfänger Die Patenteinnahmen nutzte der Erfinder, um sich seinen Traum zu erfüllen Eine eigene SETI-Station hinter dem Haus Very Small Array hat er seine selbst gebastelte Abhöranlage liebevoll getauft Weil es Krach mit den Nachbarn gab, hat Paul schließlich eine Baumreihe als Sichtschutz um das Array gepflanzt Drei Monate im Jahr ist dieses Array unter Schnee begraben und kann nicht benutzt werden Endlich ist der Schnee geschmolzen und ich kann meinen Frühjahrsputz machen Die Hornissen bohren gerne ihre Nester hier Die beste Zeit sie zu entfernen ist während ihres Winterschlafs Dann werden wir nicht gestochen Oh, das hier ist hübsch Seinen Kollegen im Silicon Valley will Paul Schack beweisen Dass SETI auch ohne Spenden aus der Computerindustrie auskommt Mit einfachen, aber genialen Tricks Am Ende landen die Signale in einer herkömmlichen Kaffeedose Wir haben rausgefunden, dass die 3 Pfunddose exakt die Größe hat, die wir brauchen, um unsere Signale zu empfangen Die Kaffeesorte kann jeder selbst wählen Ich habe mich für Chock full of Nuts entschieden Denn einige finden ja, dass Nuts also verrückt unsere SETI-Aktivitäten sehr gut beschreibt Es gibt Alarm Ein Kollege aus Deutschland hat ein auffälliges Signal entdeckt und bittet Paul um Hilfe Gib mir eine Frequenz, Peter Peter Wright in Heidelberg möchte klären, ob Paul das Signal auf seiner Anlage auch empfängt Warte, ich empfange etwas Rot steigt an Check Check Da ist es Und es ist ziemlich stark Die Mitglieder von Pauls SETI-Liga nutzen ihr weltweites Netzwerk, um sich gegen Fehlalarme abzusichern Ein Teleskop allein kann sich schnell ein irdisches Störsignal einfangen Doch wenn das Signal auf der anderen Seite der Erdkugel auch zu hören ist, steigt die Chance, dass es wirklich aus dem Weltraum kommt Es ist ziemlich stark Wahrscheinlich zu stark Ja, eindeutig ein Satellitenstörsignal Nicht von der Erde und nicht von ET Na gut, dann wieder an die Arbeit Mensch, das war echt aufregend für 30 Millisekunden Am Anfang sah es wirklich aus wie ET Aber dann war es nur ein Satellit Wir bekommen hier viele Störsignale von Satelliten Alle zwei Monate kommt ein Signal, das wirklich vielversprechend aussieht Und das überprüfen wir dann Wie gerade eben mit Peter Indem wir es von verschiedenen Orten der Erde verifizieren Das ist die Stärke der SETI-Liga Wenn viele Leute aus verschiedenen Erdteilen zusammenarbeiten, können wir unsere Entdeckungen gegenseitig bestätigen oder eben nicht Einmal im Jahr findet in Heidelberg das Jahrestreffen der SETI-Liga statt Peter Wright erläutert die Fortschritte seiner Abhöranlage Auch andere haben ihre selbstgebauten Antennen mitgebracht Kleine Erfindungen und große Ideen werden präsentiert The next lecture is about to start Please go once again to the lecture room, please Einmal im Jahr Nach fast einem halben Jahrhundert SETI-Forschung Schauen wir nun zurück auf 50 Jahre Einsamkeit Und manchmal fragen wir uns Ist unsere Suche zwecklos? Viele Wissenschaftler sind überzeugt, dass wir kein kosmisches Wunder sind Sie können das berechnen, um sich zu überzeugen Mich überzeugt es Ich werde nicht versuchen, alle anderen auch davon zu überzeugen Aber ich würde auch nicht 25 Jahre meines Lebens nach Signalen suchen Wenn ich nicht sicher wäre, dass sie existieren Wenn wir hier Besucher haben, nehmen sie mich manchmal zur Seite und sagen Na, haben sie in letzter Zeit irgendetwas Interessantes gesehen? Irgendwas, das sie der Öffentlichkeit noch nicht gesagt haben? Und ich muss dann immer sagen, nein, noch nicht Ich glaube, dass jeder, der bei SETI mitmacht, den einen großen Wunsch hat Noch am Leben zu sein, wenn das Experiment gelingt Es wäre sehr schade, in Rente zu gehen, zu sterben und keinen Erfolg zu sehen Das wäre wirklich nicht schön Aber es könnte passieren Manche sagen, wenn man einen intelligenten Alien in der Dämmerung sehen würde Könnte man ihn mit einem Menschen verwechseln Ich weiß nicht Die Natur ist ziemlich erfinderisch Meine Definition von Intelligenz ist, ob sie einen Sender bauen kann Der über interstellare Entfernungen empfangen werden kann Ob es nun kleine grüne Männchen sind oder große blaue Frauen Ist mir ziemlich egal Unterdessen bauen die Arbeiter beim Allen Telescope Array immer neue Antennen zusammen Die weltweite Errichtung interstellarer Abhörstationen Macht das Aufspüren von außerirdischen Signalen täglich wahrscheinlicher Doch welche Folgen hätte eine solche Entdeckung für unser Leben? Und wie gefährlich ist der Kontakt mit Aliens? Ich kann mir keinen schrecklicheren Albtraum ausmalen Als die Kommunikation mit einer sogenannten überlegenen Technologie aus dem Weltraum Gibt es sie wirklich? Oder sind Aliens nur eine Erfindung von Hollywood-Designern? Hier sehen sie den Gesichtsausdruck und die Details Wissenschaftler nehmen Zukunftsvisionen unter die Lupe Was ist dran an UFO-Sichtungen in Nevada? Wir sahen eine große graue Scheibe, so groß wie drei oder vier Straßenblocks Unser Film beleuchtet die Grauzone zwischen Wissenschaft und Science Fiction Astronomen entwickeln bereits Szenarien für den Tag, an dem wir Kontakt aufnehmen Wie werden wir mit ihnen kommunizieren? Da sind sie Kann uns die Sprache intelligenter Meerestiere dabei helfen, eine interstellare Grammatik zu entwickeln? Wie werden wir mit ihnen sagen, dass sie die Sprache hat? Wie werden wir mit ihnen kommunizieren? Und wenn es E.T. wirklich gibt, werden wir ihn finden. Und wir werden das Universum völlig anders begreifen als heute. Vielleicht gibt es im Universum noch eine andere Schöpfung. Es muss noch andere Intelligenzen geben, so groß wie das Universum ist. Wir sind nur ein Teil von diesem riesigen Sonnensystem. Da muss noch mehr sein. Man will gar nicht drüber nachdenken, dass sie herkommen mit ihrer überlegenen Technologie und hier alles zerstören. Das wäre eine wichtige Nachricht, ob wir alleine sind. Ein Zufall der Natur. Kurz vor Sonnenaufgang in der Sierra Nevada. Rick Forster muss früh zur Arbeit, denn heute Morgen bekommt der Wissenschaftler ein neues Instrument. Eine Satellitenschüssel von sechs Metern Durchmesser. Viel Spaß. Danke, bis später. Rick lebt hoch im Norden Kaliforniens, weit entfernt von Menschen, Städten und Flugzeugrouten. Mit dem alten Ford Pickup fährt er jeden Morgen zu seinem außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Eine Abhöranlage, die das Weltall nach Außerirdischen durchsucht. Rick ist Astronom und gehört zu einer kleinen Elite von Wissenschaftlern, die die vielleicht unheimlichste Grundlagenforschung der Welt betreibt. Sie nennen es SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Wir suchen nach Radiowellen, die jemand in unsere Richtung sendet. Was wir also voraussetzen, ist eine intelligente Zivilisation, die eine Technologie hat, mit der sie solche Radiowellen erzeugen kann. Und dann muss diese natürlich auch noch versuchen, uns zu kontaktieren. Die Chancen von SETI liegen in der Strahlung des Weltalls. Antennen empfangen ein Rauschen, das so klingt wie ein Radio, bei dem kein Sender eingestellt ist. Rick jagt Signale, die sich von diesem Rauschen abheben. Gerade hat er eins entdeckt. SETI ist die Suche nach einem Signal, das so komplex ist, dass es nur von hochentwickelten Zivilisationen stammen kann. Und dann schlagen die Überwachungskomputer Alarm. Das ist genau das, was die SETI-Rechner aus dem Rauschen herausfiltern sollen. Es hebt sich stark vom Hintergrundrauschen ab. Alle diese Punkte sind viel schwächer als das Signal. Das ist also schon sehr nah an dem, was wir suchen. Leider hat es aber den Test nicht bestanden. Diese Frequenzen sind genau auf einer Wellenlänge, die von Satelliten beansprucht wird. Das ist keine Nachricht von einer außerirdischen Zivilisation. Doch wo ist E.T.? Ist er nur ein Hirngespinst? Oder sind die Antennen der Forscher noch zu schwach, um ihn aufzuspüren? Um diese Frage zu lösen, rüsten Rick Forster und Kollegen nun auf und bauen das sensibelste Ohr aller Zeiten. Das Allen Telescope Array. Wo früher eine Antenne stand, sollen es nun Hunderte werden. Nach jahrelanger Suche, die nur Fehlalarme hervorgebracht hat, braucht SETI dringend Erfolge. So soll die Teleskopanlage nach den Plänen der Forscher aussehen. Ein Park von 350 Antennen, die alle miteinander verbunden sind. Aus den vielen Signalen berechnet ein Supercomputer einen Datenstrom, der von den Forschern analysiert werden kann. Der große Lauschangriff auf die Lebewesen des Weltalls kann beginnen. Bis jetzt haben wir noch keine außerirdischen Signale entdeckt. Aber SETI hat niemals ein eigenes Instrument für diese Suche besessen. Mit unserem neuen Array werden wir rund um die Uhr arbeiten. Und wir könnten schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Antwort haben auf die Frage, sind wir allein? Werden wir schon im nächsten Jahrzehnt Kontakt haben? Diese Vorstellung verlangt viel Fantasie. Und doch halten Wissenschaftler es für wahrscheinlich, dass sich in den Tiefen des Universums intelligentes Leben entwickelt. Unser Sonnensystem ist ja nur eines von Milliarden Sonnensystemen in der Milchstraße. Ein kleines Fleckchen am Rande unserer Galaxie. Wohnen Nachbarn auf einem der anderen Flecken? Auch die Milchstraße ist nur eine unter Milliarden Galaxien im Weltraum. Viel Platz für kosmische Nachbarn, dachte sich ein Astronomie-Professor und begann 1960 nach ihnen zu suchen. Mein Name ist Frank Drake und ich habe die erste wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz durchgeführt. Frank Drake gilt unter Astronomen heute als Legende. 1960 gehörte die Suche nach außerirdischen noch ins Reich der Groschenromane. Doch Drake sah die Chance, unseren Horizont zu erweitern und startete den ersten Versuch, Kontakt zu den Sternen aufzunehmen. Unsere Suche konzentrierte sich auf die zwei erdnächsten Sterne. Mit unserem einkanaligen Empfänger durchsuchten wir zwei Monate lang die Frequenz des Wasserstoffatoms. Signale haben wir dabei nicht gefunden. Trotz des Misserfolgs hatte Drake eine neue Wissenschaft ins Leben gerufen und fand weltweit Nachahmer. 1977 wurde in Ohio ein Signal entdeckt. Eine rätselhafte Zahlenkombination. Der Astronom Jerry Eman schrieb begeistert auf den Computerausdruck Wow. Doch nach 72 Sekunden war das Signal wieder verschwunden. Fieberhaft versuchten Astronomen es wiederzufinden, ohne Erfolg. Bis heute ist ungeklärt, was das Wow-Signal wirklich war. Eine Botschaft von den Sternen oder nur ein Störsignal? Der Kreis der SETI-Forscher ist klein und exklusiv. Eine verschwiegene Gruppe von internationalen Spezialisten. Sie haben ungewöhnliche Biografien und Berufsbilder, die in keine Schublade passen. Ich bin Dr. Kent Cullors. Ich bin Physiker und arbeite seit vielen Jahren an der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Ich berate die NASA und die Internationale Astronomische Union. Kent Cullors ist einer der gefragtesten SETI-Spezialisten der Welt. Von klein auf blind holte er diesen Nachteil durch Begabung und Fleiß wieder auf und schaffte es zum ersten blinden Physiker aller Zeiten. Sein Spezialgebiet sind Algorithmen, mathematische Formeln, die aus dem Chaos des Universums einen Sinn herausfiltern sollen. Ich habe Methoden entwickelt, um fernsehähnliche Signale und Radarsignale zu finden. Mit Hilfe von Computern konnte ich diese Methoden vereinfachen, sodass wir die Arbeit heute hundertmal schneller machen können als jemals zuvor. Das bedeutet nicht, dass sie einfach zu finden sind. Wahrscheinlich sind sie schwach oder aber komplex. Die Suche geht schnell voran. In 50 Jahren werden wir nicht nur 100 Sterne, sondern die ganze Galaxie durchsucht haben. Als blinder Physiker verbringe ich viel Zeit damit, Dinge zu visualisieren. Denn wenn ich kein Bild von der Situation habe, weiß ich auch nicht, ob meine Berechnungen Sinn machen. In der Physik versuchen wir, unsere Sinne zu erweitern. Wir betrachten dabei das große Ganze und das allerkleinste. Ich suche nach etwas, das verständlich ist, aber sehr weit weg. Und irgendwie ist das eine weitere Form meiner Kontaktaufnahme mit der Außenwelt. Im Alltag ist Kent auf Hilfsmittel angewiesen. Auf seinen Sprachcomputer, mit dem er mathematische Formeln in Blindenschrift tippen kann. Und seine aufklappbare Uhr. Vielleicht ist seine Expertise so gefragt, weil er täglich neue Wege zur Dechiffrierung einer unsichtbaren Welt entwickelt. In Johannesburg wird jetzt ein Riesenteleskop geplant, das bis an die Grenzen des Universums blicken soll. Das SKA. Kent Cullers ist zu einem ersten Briefing im Planungsbüro. Das Teleskop ist auf die Entdeckung des Unbekannten ausgerichtet. Da liegt unser großes Plus. Nicht dort, wo wir schon alles wissen, sondern im Bereich der Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen. Das SKA wird schneller arbeiten als alles andere zuvor. Es wird genau auf den Frequenzen arbeiten, auf denen wir SETI-Signale erwarten. Die Signale werden sehr schwach sein. Wir müssen den Standort optimieren, sodass wir sie überhaupt messen können. Vielleicht können wir ja einen neuen Algorithmus entwickeln, der alle radioastronomischen Daten sensibel betrachtet und nach Signalen schaut, die keine natürliche Quelle haben. Bei der Erforschung des Universums soll das SKA alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. 4500 Radioantennen bilden eine gigantische Spirale, die sich über mehrere Länder erstrecken wird. 17 Staaten mussten sich zusammenschließen, um die Baukosten aufzubringen. Anderthalb Milliarden Euro. Den Löwenanteil trägt die EU. Viele Länder haben sich als Standort für das Megateleskop beworben. Und nach einem harten Auswahlverfahren sind jetzt nur noch Südafrika und Australien im Rennen. Beide Länder haben wüstenartige Landstriche, die der Abhöranlage genügend Platz bieten. Das Square Kilometer Array ist riesig im Vergleich zu jedem anderen Radioteleskop. Und perfekt für die Astronomie. Quasi alle Astronomen glauben, dass es Billionen von erdähnlichen Planeten gibt. Und auf einem von denen muss es Intelligenz geben. Seit Jahrtausenden haben Menschen fasziniert die Sterne betrachtet. Gelehrte stellten sich die Frage nach anderen Lebewesen dort draußen. Manche wurden dafür mit dem Tode bestraft. Das Himmelszelt. Eine Glocke, die über einer Scheibe hängt. So zeichnete es der französische Astronom Camille Flammarion noch im 19. Jahrhundert. Schon in der Antike vermutete der griechische Philosoph Demokrit, dass die Lichtpunkte am Himmel entfernte Welten waren. Er glaubte, dass einige von Lebewesen bevölkert seien. Demokrits Zeitgenossen war diese Vorstellung unheimlich. Scheinbar drehten sich die Sterne um die Erde. Nur wenige kluge Köpfe kamen auf den Gedanken, dass die Sterne andere Sonnen sein könnten. Im Mittelalter wurde diese Frage zum Glaubenskrieg. Für den Italiener Giordano Bruno war die Erde ein Planet unter vielen anderen, auf denen auch intelligente Wesen lebten. Diese Ideen riefen bald die Glaubenswächter der katholischen Kirche auf den Plan. ...Emeralisationen erst wirklich Sinn zu machen. Die SETI-Gemeinde erwartete nun täglich eine Nachricht von den Sternen. Doch außer dem Rauschen des Alls empfingen die sensiblen Detektoren von Arecibo nichts. Nach mehreren Jahren der Stille machte sich Ernüchterung breit. Geldgeber begannen, am Sinn der Suche zu zweifeln. Das Universum hatte vorerst nur eine Botschaft. Da draußen ist niemand. Ihr seid allein. Unsere Galaxie hat Milliarden Sonnensysteme. Wenn man jeden dieser Sterne auf die Größe eines Sandkorns reduziert, hat man einen Lastwagen voller Sand. Und wir haben erst wenige Sandkörner unter die Lupe genommen. Die würden in meine Handfläche passen. Wir haben gerade erst angefangen, unsere Galaxie zu durchsuchen. Kein Wunder, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Klar, bei dem Tempo würde es tausend Jahre dauern, bis wir genügend Sand durchkämmt hätten. Aber jetzt gewinnt die Suche an Tempo. Es dauert also nicht mehr lange. Willkommen bei Sind wir allein? Ich bin Seth Shostak und heute reden wir über das neue Allen Telescope Array und wie es die Suche nach E.T. gewaltig beschleunigen wird. Ich persönlich habe kein Interesse daran, E.T. in 500 Jahren zu finden. Ich hoffe, wir finden ihn bald, wenn ich noch auf diesen Planeten wandle. Wir sind gleich zurück mit Sind wir allein? Seth arbeitet als Astronom für das SETI-Institut in Mountain View, eine unabhängige Forschungseinrichtung mit dem Ziel, Außerirdische zu finden. Seine wöchentliche Radiosendung ist nur ein Nebenprodukt. Das SETI-Institut beschäftigt rund 100 Wissenschaftler, die die Entwicklung des Lebens im Weltall erforschen. Ihr wichtigstes Ziel ist jetzt die Entwicklung des Allen Telescope Arrays in Nordkalifornien. Die schwierigste Aufgabe für Seth und seine Kollegen ist immer wieder die Finanzierung ihres Projektes. 15 Jahre lang gehörte SETI zur NASA. Fast die gesamte SETI-Forschung wurde von der NASA finanziert. Sie war nicht besonders teuer, nur ein Tausendstel des NASA-Budgets. Aber das wurde 1993 gestrichen. Die 90er Jahre bringen die Ernüchterung. Ist SETI sinnlos? Eine Verschwendung von Steuergeldern? So sieht es plötzlich der US-Kongress und streicht der NASA alle Gelder für ihre SETI-Forschung. Die Suche nach Aliens, dem Spott auszusetzen, ist nicht schwer. Zumal in 30 Jahren kein einziger Martianer entdeckt wurde, wie ein Senator feststellt. William Proxmire führt eine Hetzkampagne gegen Forschungsprojekte, die er für sinnlos hält. Er verleiht SETI seinen Golden Fleece Award, ein Preis für die größten Geldverschwender der Nation. Die Forscher starten eine eigene Imagekampagne. Zu spät. Die SETI-Abteilung der NASA wird geschlossen. Die Sparer im US-Kongress triumphieren. Die Astronomin Jill Tater war damals die Projektleiterin. Von einem Tag auf den anderen war sie ihren Job los und damit ihre Lebensaufgabe. Die Gelder der NASA zu verlieren, vom Kongress gestrichen zu bekommen, das war schon hart. Wie eine Achterbahnfahrt. Meine Kollegen und ich waren ziemlich am Ende. Das ist der wichtigste Teil des Radioteleskops. Ich finde immer, es sieht aus wie irgendetwas aus einem Flash-Gordon-Comic. Die Todesstrahlen. Jill Tater ist die Grand Dame der SETI-Forschung. Das Time Magazine wählte sie 2004 zu einer der 100 wichtigsten Personen der Welt. Im Hollywood-Film Contact wurde sie von Jodie Foster verkörpert. Doch 1993 hatte Jill keine Hoffnung, dass irgendjemand eine SETI-Forscherin einstellen würde. Bis Jill begriff, dass sie die Ärmel hochkrempeln und sich selbstständig machen musste. Und dafür brauchte sie Geld. Im Vatikan waren neue Ideen über den Aufbau unserer Welt nicht gern gesehen. Wer von der offiziellen Meinung der Kirche abrückte, riskierte harte Strafen. Die Inquisition verlangte von Bruno, seine Ideen zu widerrufen. Doch er weigerte sich. Auf dem Campo di Fiori in Rom wurde Giordano Bruno im Jahr 1600 öffentlich verbrannt. Bis heute wird er in aller Welt als Märtyrer der Wissenschaft gesehen. Erst 400 Jahre später erklärte der päpstliche Kulturrat die Hinrichtung für Unrecht. Eine vollständige Rehabilitierung hat es bis heute nicht gegeben. Castel Gandolfo, die Sommerresidenz des Papstes. Seit Brunos Zeiten hat sich manches geändert im Vatikan. Heute beschäftigt der Gottesstaat ein Dutzend Astronomen, die im Namen der Kirche den Weltraum erforschen. Bruder Guy Consolmenio durchsucht für den Vatikan das All und veröffentlicht Schriften über die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Das ist die große Frage. Würden Sie einen Alien taufen? Nur, wenn die mich darum bitten. Der Jesuit beschäftigt sich mit den Grenzbereichen zwischen Glauben und Wissenschaft. Auch mit der skurrilen Frage, wer eigentlich wen taufen soll, wenn wir jemals auf Außerirdische treffen. Womöglich stellt sich heraus, dass diese Wesen von Methan leben und sterben, wenn wir sie mit Wasser übergießen. Ich glaube nicht, dass wir so eine Taufe haben werden. Andererseits, wir haben ja das Konzept von Engeln und Teufeln. Und die erreichen ihr Seelenheil ja auf ganz andere Weise als wir. Niemand sagt, ich solle herumgehen, um Engel zu taufen. Ich schätze, dass Aliens eine ganz eigene Beziehung zu Gott haben. Und wenn es dann soweit ist und wir wissen, wie wir mit ihnen kommunizieren sollen, dann werden sie und auch wir wissen, dass die Frage nach der Taufe überflüssig ist. Die Päpstliche Sommerresidenz beherbergt neben zwei Observatorien auch ein Labor für die Analyse von Gesteinsbrocken aus dem All. Hier nimmt Consul Menio Meteoriten unter die Lupe, auf der Suche nach Spuren außerirdischen Lebens. Die Astronomie ist die einzige weltliche Wissenschaft, die sich der Vatikan leistet. Wenn man versteht, wie das Universum funktioniert, erkennt man etwas von der Persönlichkeit des Schöpfers. Man beginnt zu begreifen, wie er die Dinge macht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Planeten entstanden sein könnten. Aber wenn man herausfindet, wie sie wirklich entstanden sind, fängt man an zu verstehen, wie der Schöpfer seine Entscheidungen trifft. Eine von Gottes Entscheidungen mag gewesen sein, von Zeit zu Zeit Gesteinsbrocken auf die Erde fallen zu lassen. Und so ist Guy Consul Menio auch der Kurator einer der größten Meteoritensammlungen der Welt. Die Männer, die im Mittelalter von der Inquisition verfolgt wurden, würden heute über die neue Offenheit der Kirche gegenüber Außerirdischen ins Staunen geraten. Doch auch die Wissenschaft tat sich lange Zeit schwer mit E.T., bis in den 60er Jahren plötzlich das Tauwetter kam. Wenn wir von außerirdischem Leben sprechen, meinen wir intelligentes Leben, das uns ähnlich ist. Heute ist es okay, über Leben im All zu sprechen. Doch vor zehn Jahren war es noch nicht okay. Äußerungen im amerikanischen Fernsehen, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. In den 60er Jahren wurden die USA vom SETI-Fieber gepackt. Wissenschaftler glaubten an eine baldige Entdeckung. Und die Regierung gab großzügig Forschungsgelder. 1963 wurde in Puerto Rico das Arecibo-Teleskop eröffnet. Es hat einen Durchmesser von 300 Metern und liegt eingebettet in einem Talkessel. Mit einem solchen Superinstrument schien die Suche nach den Signalen fremder Zivilisationen. 1960 gehörte die Suche nach Außerirdischen noch ins Reich der Groschenromane. Doch Drake sah die Chance, unseren Horizont zu erweitern und startete den ersten Versuch, Kontakt zu den Sternen aufzunehmen. Unsere Suche konzentrierte sich auf die zwei erdnächsten Sterne. Mit unserem einkanaligen Empfänger durchsuchten wir zwei Monate lang die Frequenz des Wasserstoffatoms. Signale haben wir dabei nicht gefunden. Trotz des Misserfolgs hatte Drake eine neue Wissenschaft ins Leben gerufen und fand weltweit Nachahmer. 1977 wurde in Ohio ein Signal entdeckt. Eine rätselhafte Zahlenkombination. Der Astronom Jerry Eman schrieb begeistert auf den Computerausdruck Wow. Doch nach 72 Sekunden war das Signal wieder verschwunden. Fieberhaft versuchten Astronomen es wiederzufinden. Ohne Erfolg. Bis heute ist ungeklärt, was das Wow-Signal wirklich war. Eine Botschaft von den Sternen oder nur ein Störsignal? Der Kreis der SETI-Forscher ist klein und exklusiv. Eine verschwiegene Gruppe von internationalen Spezialisten. Sie haben ungewöhnliche Biografien und Berufsbilder, die in keine Schublade passen. Ich bin Dr. Kent Cullors. Ich bin Physiker und arbeite seit vielen Jahren an der Suche nach außerirdischer Intelligenz. Ich berate die NASA und die Internationale Astronomische Union. Kent Cullors ist einer der gefragtesten SETI-Spezialisten der Welt. Von klein auf blind holte er diesen Nachteil durch Begabung und Fleiß wieder auf und schaffte es zum ersten blinden Physiker aller Zeiten. Sein Spezialgebiet sind Algorithmen, mathematische Formeln, die aus dem Chaos des Universums einen Sinn herausfiltern sollen. Ich habe Methoden entwickelt, um fernsehähnliche Signale und Radarsignale zu finden. Mit Hilfe von Computern konnte ich diese Methoden vereinfachen, sodass wir die Arbeit heute hundertmal schneller machen können als jemals zuvor. Das bedeutet nicht, dass sie einfach zu finden sind. Wahrscheinlich sind sie schwach oder aber komplex. Die Suche geht schnell voran. In 50 Jahren werden wir nicht nur 100 Sterne, sondern die ganze Galaxie durchsucht haben. Als blinder Physiker verbringe ich viel Zeit damit, Dinge zu visualisieren. Denn wenn ich kein Bild von der Situation habe, weiß ich auch nicht, ob meine Berechnungen Sinn machen. In der Physik versuchen wir, unsere Sinne zu erweitern. Wir betrachten dabei das große Ganze und das allerkleinste. Ich suche nach etwas, das verständlich ist, aber sehr weit weg. Und irgendwie ist das eine weitere Form meiner Kontaktaufnahme mit der Außenwelt. Im Alltag ist Kent auf Hilfsmittel angewiesen. Auf seinen Sprachcomputer, mit dem er mathematische Formeln in Blindenschrift tippen kann. Und seine aufklappbare Uhr. Vielleicht ist seine Expertise so gefragt, weil er täglich neue Wege zur Dechiffrierung einer unsichtbaren Welt entwickelt. In Johannesburg wird jetzt ein Riesenteleskop geplant, das bis an die Grenzen des Universums blicken soll. Das SKA. Kent Cullers ist zu einem ersten Briefing im Planungsbüro. Das Teleskop ist auf die Entdeckung des Unbekannten ausgerichtet. Da liegt unser großes Plus. Nicht dort, wo wir schon alles wissen, sondern im Bereich der Dinge, von denen wir noch gar nichts wissen. Das SKA wird schneller arbeiten, als alles andere zuvor. Es wird genau auf den Frequenzen arbeiten, auf denen wir SETI-Signale erwarten. Die Signale werden sehr schwach sein. Wir müssen den Standort optimieren, sodass wir sie überhaupt messen können. Vielleicht können wir ja einen neuen Algorithmus entwickeln, der alle radioastronomischen Daten sensibel betrachtet und nach Signalen schaut, die keine natürliche Quelle haben. Bei der Erforschung des Universums soll das SKA alles bisher Dagewesene in den Schatten stellen. 4.500 Radioantennen bilden eine gigantische Spirale, die sich über mehrere Länder erstrecken wird. 17 Staaten mussten sich zusammenschließen, um die Baukosten aufzubringen. Anderthalb Milliarden Euro. Den Löwenanteil trägt die EU. Viele Länder haben sich als Standort für das Megateleskop beworben. Und nach einem harten Auswahlverfahren sind jetzt nur noch Südafrika und Australien im Rennen. Beide Länder haben wüstenartige Landstriche, die der Abhöranlage genügend Platz bieten. Das Square Kilometer Array ist riesig im Vergleich zu jedem anderen Radioteleskop. Und perfekt für die Astronomie. Quasi alle Astronomen glauben, dass es Billionen... Ja, und die Berge schützen uns vor den Funksignalen. Wir schauen ja weit ins Universum und wollen keine Signale von der Erde bekommen. Der größte Vorteil des Standortes ist seine Trockenheit. Hier fällt monatelang kaum ein Regentropfen. Wir sind auf Orte angewiesen, wo nur wenige Millimeter Regen im Jahr fallen. Ein paar Millimeter dürfen es schon sein, aber eben nicht mehr. Und ich war vorher noch nie an einem Ort, wo die Niederschlagswerte so perfekt für die Radioastronomie waren. Die Frage nach dem Standort eines Radioteleskops gehört zu den schwersten Entscheidungen der Astronomen. Doch eine weitere Frage bereitet ihnen noch mehr Kopfzerbrechen. Welchen der Milliarden Sterne am Himmel soll SETI eigentlich belauschen? Da die Radioteleskope immer nur jeweils einen Stern abhören können, entscheidet die Frage nach dem Wo über den Erfolg der SETI-Forschung. Dem Astronomen Lawrence Doyle bereitet dieses Problem schlaflose Nächte. Und so nutzt er die Nachtstunden lieber für die Forschung und geht zur Arbeit, wenn andere Feierabend machen. Um die Wohnorte unserer Nachbarn im All aufzuspüren, macht er Jagd auf Planeten außerhalb unseres Sonnensystems. Genannt Exoplaneten. Sie sind so weit entfernt, dass sie selbst von den größten Sternwarten aus nicht mehr zu erkennen sind. Jahrelang wusste die Wissenschaft gar nichts über Exoplaneten. Astronomen konnten nur vermuten, dass es sie geben musste. Doch gesehen hatte sie noch keiner. Erst 1995 wurde der erste Exoplanet entdeckt. Ein riesiger Koloss. Doch Lawrence Doyle sucht etwas anderes. Sein Interesse gilt kleinen Planeten, die so aussehen wie unsere Erde. Und die sind schwer zu finden. Das Aufspüren von Exoplaneten ist für SETI sehr wichtig, weil wir für unsere Suche die richtigen Ziele brauchen. Soweit wir heute wissen, findet sich Leben auf Planeten. Wenn wir also Planeten mit der richtigen Größe und Entfernung zu ihrem Stern finden, sind das gute Ziele für unsere Suche nach außerirdischen Signalen. Planeten sind so schwer zu entdecken, weil sie im Gegensatz zu Sternen unfassbar klein sind und dunkel. Ein Stern leuchtet mit der Kraft von Millionen Atombomben. Planeten leuchten gar nicht. Um die dunklen Himmelskörper dennoch zu finden, wenden die Astronomen einen Trick an. Ich messe hier gerade die Helligkeit der Sterne auf diesem Bild. Wir machen Fotos von 50.000 Sternen. Und dann messen wir nach, wie sich die Helligkeit von Bild zu Bild verändert. Daraus ergibt sich dann eine Kurve. Hier hat sich die Helligkeit verändert. Wahrscheinlich, weil ein Planet an diesem Stern vorbeigezogen ist. Der Planet zieht hier vorüber und wirft seinen Schatten auf die Erde. Die Transitmethode ist einer der beliebtesten Tricks von Astronomen, um Exoplaneten zu entdecken. Im Teleskop bleibt er unsichtbar. Doch die Helligkeitsveränderung des Sterns, an dem der Planet vorüberzieht, verrät ihn. Die Forscher können anhand der Daten sogar die Größe des Planeten und die chemische Zusammensetzung seiner Atmosphäre berechnen. Bis heute wurden ungefähr 200 vor allem große Planeten gefunden. Doch Lawrence und seine Kollegen suchen die Kleinen, ähnlich unserer Erde. Möglichst mit einer sauerstoffhaltigen Atmosphäre, denn dort vermuten sie Leben. Ein europäisches Forscherteam hat 2007 den ersten erdähnlichen Planeten entdeckt. Gliese 581c. Eine Sensation für die Astronomie und eine Hoffnung für SETI. Denn nun können Fachleute davon ausgehen, dass Planeten wie die Erde keine Seltenheit sind. Der neu entdeckte Planet liegt in einer Entfernung zu seinem Stern, in der moderate Temperaturen herrschen dürften. Ob es dort Leben gibt, muss noch herausgefunden werden. Ich bin Dr. Paul Schack, Ehrendirektor der gemeinnützigen SETI-Liga, der weltgrößten Organisation von SETI-Begeisterten. Wenn wir annehmen, dass das Universum voller Leben ist, verfügen manche Zivilisationen sicher auch über Radioteleskope. Wir sind gerade in unserer radiokommunikativen Phase und haben die Technologie, um Signale von anderen Sternen zu empfangen. Artificial radio emissions from other stars. My satellite antenna is pointed at the sky But I'm not watching television, let me tell you why I'm searching for existence proof of any alien race By sifting through the microwaves that fall from outer space I'm a part of the search that's known as SETI I'm a believer with a good receiver Die Blinden der Diktoren von Arecibo – nichts. Nach mehreren Jahren der Stille machte sich Ernüchterung breit. Geldgeber begannen, am Sinn der Suche zu zweifeln. Das Universum hatte vorerst nur eine Botschaft. Da draußen ist niemand. Ihr seid allein. Unsere Galaxie hat Milliarden Sonnensysteme. Wenn man jeden dieser Sterne auf die Größe eines Sandkorns reduziert, hat man einen Lastwagen voller Sand. Und wir haben erst wenige Sandkörner unter die Lupe genommen. Die würden in meine Handfläche passen. Wir haben gerade erst angefangen, unsere Galaxie zu durchsuchen. Kein Wunder, dass wir sie noch nicht gefunden haben. Klar, bei dem Tempo würde es tausend Jahre dauern, bis wir genügend Sand durchkämmt hätten. Aber jetzt gewinnt die Suche an Tempo. Es dauert also nicht mehr lange. Willkommen bei Sind wir allein? Ich bin Seth Shostak und heute reden wir über das neue Allen Telescope Array und wie es die Suche nach E.T. gewaltig beschleunigen wird. Ich persönlich habe kein Interesse daran, E.T. in 500 Jahren zu finden. Ich hoffe, wir finden ihn bald, wenn ich noch auf diesen Planeten wandle. Wir sind gleich zurück mit Sind wir allein. Seth arbeitet als Astronom für das SETI-Institut in Mountain View, eine unabhängige Forschungseinrichtung mit dem Ziel, Außerirdische zu finden. Seine wöchentliche Radiosendung ist nur ein Nebenprodukt. Das SETI-Institut beschäftigt rund 100 Wissenschaftler, die die Entwicklung des Lebens im Weltall erforschen. Ihr wichtigstes Ziel ist jetzt die Entwicklung des Allen Telescope Arrays in Nordkalifornien. Die schwierigste Aufgabe für Seth und seine Kollegen ist immer wieder die Finanzierung ihres Projektes. 15 Jahre lang gehörte SETI zur NASA. Fast die gesamte SETI-Forschung wurde von der NASA finanziert. Sie war nicht besonders teuer, nur ein Tausendstel des NASA-Budgets. Aber das wurde 1993 gestrichen. Die 90er Jahre bringen die Ernüchterung. Ist SETI sinnlos? Eine Verschwendung von Steuergeldern? So sieht es plötzlich der US-Kongress und streicht der NASA alle Gelder für ihre SETI-Forschung. Die Suche nach Aliens dem Spott auszusetzen ist nicht schwer. Zumal in 30 Jahren kein einziger Martianer entdeckt wurde, wie ein Senator feststellt. William Proxmire führt eine Hetzkampagne gegen Forschungsprojekte, die er für sinnlos hält. Er verleiht SETI seinen Golden Fleece Award, ein Preis für die größten Geldverschwender der Nation. Die Forscher starten eine eigene Imagekampagne. Zu spät. Die SETI-Abteilung der NASA wird geschlossen. Die Sparer im US-Kongress triumphieren. Die Astronomin Jill Tater war damals die Projektleiterin. Von einem Tag auf den anderen war sie ihren Job los und damit ihre Lebensaufgabe. Die Gelder der NASA zu verlieren, vom Kongress gestrichen zu bekommen, das war schon hart. Wie eine Achterbahnfahrt. Meine Kollegen und ich waren ziemlich am Ende. Das ist der wichtigste Teil des Radioteleskops. Ich finde immer, es sieht aus wie irgendetwas aus einem Flash-Gordon-Comic. Die Todesstrahlen. Jill Tater ist die Grand Dame der SETI-Forschung. Das Time Magazine wählte sie 2004 zu einer der 100 wichtigsten Personen der Welt. Im Hollywood-Film Contact wurde sie von Jodie Foster verkörpert. Doch 1993 hatte Jill keine Hoffnung, dass irgendjemand eine SETI-Forscherin einstellen würde. Bis Jill begriff, dass sie die Ärmel hochkrempeln und sich selbstständig machen musste. Und dafür brauchte sie Geld. Wir saßen am Konferenztisch und fingen an, Bücher über Spendenbeschaffung zu lesen. Und wir lasen in all diesen Büchern immer nur das Kapitel, wie bitte ich um ganz viel Geld. Wir brauchten eine Menge Geld. Und wir brauchten es schnell. Das bedeutete, dass wir uns auf Spender konzentrieren mussten, die über die nötigen Mittel verfügten. Im Lavagestein der Sierra Nevada werden nun Millionen verbaut. Die Schüsseln des Allen Telescope Arrays finanziert der Mitbegründer von Microsoft, Paul Allen. Der Milliardär lässt es sich 25 Millionen Dollar kosten, dass die Antennenanlage seinen Namen trägt. Kent Cullors ist unterwegs durch Südafrika, um den Standort für das SKA-Teleskop einer genauen Prüfung zu unterziehen. Nach der Landschaft zu urteilen, ist es ja störungsfrei. Es gibt keine Handys hier, oder? Nein, wir müssen 16 Kilometer fahren, um Handyempfang zu bekommen. Wir haben ein normales Telefon. Leider funktioniert es nicht sehr gut. Aber wir benutzen Funkgeräte, falls es in der Gegend mal Probleme gibt. Und was für Funkgeräte? CB-Funk oder Amateurfunk? Amateurfunk. Amateurfunk. Willy Lowe ist einer der wenigen Farmer in der verlassenen Gegend. Ihm ist nicht klar, dass er Kent gerade eine schlechte Nachricht überbracht hat. Die Amateurfunkgeräte der Farmer bedeuten Störquellen für das geplante Radioteleskop. Was Sie da im Hintergrund sehen, sind die Reebok-Berge. Man kann bis zum Horizont blicken, ohne einen Menschen oder irgendwas zu sehen. Von erdähnlichen Planeten gibt. Und auf einem von denen muss es Intelligenz geben. Seit Jahrtausenden haben Menschen fasziniert die Sterne betrachtet. Gelehrte stellten sich die Frage nach anderen Lebewesen dort draußen. Manche wurden dafür mit dem Tode bestraft. Das Himmelszelt. Das Himmelszelt. Eine Glocke, die über einer Scheibe hängt. So zeichnete es der französische Astronom Camille Flammarion noch im 19. Jahrhundert. Schon in der Antike vermutete der griechische Philosoph Demokrit, dass die Lichtpunkte am Himmel entfernte Welten waren. Er glaubte, dass einige von Lebewesen bevölkert seien. Demokrits Zeitgenossen war diese Vorstellung unheimlich. Scheinbar drehten sich die Sterne um die Erde. Nur wenige kluge Köpfe kamen auf den Gedanken, dass die Sterne andere Sonnen sein könnten. Im Mittelalter wurde diese Frage zum Glaubenskrieg. Für den Italiener Giordano Bruno war die Erde ein Planet unter vielen anderen, auf denen auch intelligente Wesen lebten. Diese Ideen riefen bald die Glaubenswächter der katholischen Kirche auf den Plan. Im Vatikan waren neue Ideen über den Aufbau unserer Welt nicht gern gesehen. Wer von der offiziellen Meinung der Kirche abrückte, riskierte harte Strafen. Die Inquisition verlangte von Bruno, seine Ideen zu widerrufen. Doch er weigerte sich. Auf dem Campo di Fiori in Rom wurde Giordano Bruno im Jahr 1600 öffentlich verbrannt. Bis heute wird er in aller Welt als Märtyrer der Wissenschaft gesehen. Erst 400 Jahre später erklärte der päpstliche Kulturrat die Hinrichtung für Unrecht. Eine vollständige Rehabilitierung hat es bis heute nicht gegeben. Castel Gandolfo, die Sommerresidenz des Pamstes. Seit Brunos Zeiten hat sich manches geändert im Vatikan. Heute beschäftigt der Gottesstaat ein Dutzend Astronomen, die im Namen der Kirche den Weltraum erforschen. Bruder Guy Consolmenio durchsucht für den Vatikan das All und veröffentlicht Schriften über die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Das ist die große Frage. Würden Sie einen Alien taufen? Nur wenn die mich darum bitten. Der Jesuit beschäftigt sich mit den Grenzbereichen zwischen Glauben und Wissenschaft. Auch mit der skurrilen Frage, wer eigentlich wen taufen soll, wenn wir jemals auf Außerirdische treffen. Womöglich stellt sich heraus, dass diese Wesen von Methan leben und sterben, wenn wir sie mit Wasser übergießen. Ich glaube nicht, dass wir so eine Taufe haben werden. Andererseits, wir haben ja das Konzept von Engeln und Teufeln. Und die erreichen ihr Seelenheil ja auf ganz andere Weise als wir. Niemand sagt, ich solle herumgehen, um Engel zu taufen. Ich schätze, dass Aliens eine ganz eigene Beziehung zu Gott haben. Und wenn es dann soweit ist und wir wissen, wie wir mit ihnen kommunizieren sollen, dann werden sie und auch wir wissen, dass die Frage nach der Taufe überflüssig ist. Die päpstliche Sommerresidenz beherbergt neben zwei Observatorien auch ein Labor für die Analyse von Gesteinsbrocken aus dem All. Hier nimmt Consul Menio Meteoriten unter die Lupe, auf der Suche nach Spuren außerirdischen Lebens. Die Astronomie ist die einzige weltliche Wissenschaft, die sich der Vatikan leistet. Wenn man versteht, wie das Universum funktioniert, erkennt man etwas von der Persönlichkeit des Schöpfers. Man beginnt zu begreifen, wie er die Dinge macht. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Planeten entstanden sein könnten. Aber wenn man herausfindet, wie sie wirklich entstanden sind, fängt man an zu verstehen, wie der Schöpfer seine Entscheidungen trifft. Eine von Gottes Entscheidungen mag gewesen sein, von Zeit zu Zeit Gesteinsbrocken auf die Erde fallen zu lassen. Und so ist Guy Consul Menio auch der Kurator einer der größten Meteoritensammlungen der Welt. Die Männer, die im Mittelalter von der Inquisition verfolgt wurden, würden heute über die neue Offenheit der Kirche gegenüber Außerirdischen ins Staunen geraten. Doch auch die Wissenschaft tat sich lange Zeit schwer mit E.T., bis in den 60er Jahren plötzlich das Tauwetter kam. Wenn wir von außerirdischem Leben sprechen, meinen wir intelligentes Leben, das uns ähnlich ist. Heute ist es okay, über Leben im All zu sprechen, doch vor zehn Jahren war es noch nicht okay. Äußerungen im amerikanischen Fernsehen, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. In den 60er Jahren wurden die USA vom SETI-Fieber gepackt. Wissenschaftler glaubten an eine baldige Entdeckung. Und die Regierung gab großzügig Forschungsgelder. 1963 wurde in Puerto Rico das Arecibo-Teleskop eröffnet. Es hat einen Durchmesser von 300 Metern und liegt eingebettet in einem Talkessel. Mit einem solchen Superinstrument schien die Suche nach den Signalen fremder Zivilisationen erst wirklich Sinn zu machen. Die SETI-Gemeinde erwartete nun täglich eine Nachricht von den Sternen. Doch außer dem Rauschen des Alls empfingen die Sensen... Und wenn es E.T. wirklich gibt, werden wir ihn finden. Und wir werden das Universum völlig anders begreifen als heute. Vielleicht gibt es im Universum noch eine andere Schöpfung. Es muss noch andere Intelligenzen geben, so groß wie das Universum ist. Wir sind nur ein Teil von diesem riesigen Sonnensystem. Da muss noch mehr sein. Man will gar nicht drüber nachdenken, dass sie herkommen mit ihrer überlegenen Technologie und hier alles zerstören. Das wäre eine wichtige Nachricht, ob wir alleine sind. Ein Zufall der Natur. Kurz vor Sonnenaufgang in der Sierra Nevada. Rick Forster muss früh zur Arbeit, denn heute Morgen bekommt der Wissenschaftler ein neues Instrument. Eine Satellitenschüssel von sechs Metern Durchmesser. Viel Spaß. Danke, bis später. Rick lebt hoch im Norden Kaliforniens. Weit entfernt von Menschen, Städten und Flugzeugrouten. Mit dem alten Ford Pick-up fährt er jeden Morgen zu seinem außergewöhnlichen Arbeitsplatz. Eine Abhöranlage, die das Weltall nach Außerirdischen durchsucht. Rick ist Astronom und gehört zu einer kleinen Elite von Wissenschaftlern, die die vielleicht unheimlichste Grundlagenforschung der Welt betreibt. Sie nennen es SETI, die Suche nach außerirdischer Intelligenz. Wir suchen nach Radiowellen, die jemand in unsere Richtung sendet. Was wir also voraussetzen, ist eine intelligente Zivilisation, die eine Technologie hat, mit der sie solche Radiowellen erzeugen kann. Und dann muss diese natürlich auch noch versuchen, uns zu kontaktieren. Die Chancen von SETI liegen in der Strahlung des Weltalls. Antennen empfangen ein Rauschen, das so klingt wie ein Radio, bei dem kein Sender eingestellt ist. Rick jagt Signale, die sich von diesem Rauschen abheben. Gerade hat er eins entdeckt. SETI ist die Suche nach einem Signal, das so komplex ist, dass es nur von hochentwickelten Zivilisationen stammen kann. Und dann schlagen die Überwachungskomputer Alarm. Das ist genau das, was die SETI-Rechner aus dem Rauschen herausfiltern sollen. Es hebt sich stark vom Hintergrundrauschen ab. Alle diese Punkte sind viel schwächer als das Signal. Das ist also schon sehr nah an dem, was wir suchen. Leider hat es aber den Test nicht bestanden. Diese Frequenzen sind genau auf einer Wellenlänge, die von Satelliten beansprucht wird. Das ist keine Nachricht von einer außerirdischen Zivilisation. Doch wo ist E.T.? Ist er nur ein Hirngespinst? Oder sind die Antennen der Forscher noch zu schwach, um ihn aufzuspüren? Um diese Frage zu lösen, rüsten Rick Forster und Kollegen nun auf und bauen das sensibelste Ohr aller Zeiten. Das Allen Telescope Array. Wo früher eine Antenne stand, sollen es nun Hunderte werden. Nach jahrelanger Suche, die nur Fehlalarme hervorgebracht hat, braucht SETI dringend Erfolge. So soll die Teleskopanlage nach den Plänen der Forscher aussehen. Ein Park von 350 Antennen, die alle miteinander verbunden sind. Aus den vielen Signalen berechnet ein Supercomputer einen Datenstrom, der von den Forschern analysiert werden kann. Der große Lauschangriff auf die Lebewesen des Weltalls kann beginnen. Bis jetzt haben wir noch keine außerirdischen Signale entdeckt. Aber SETI hat niemals ein eigenes Instrument für diese Suche besessen. Mit unserem neuen Array werden wir rund um die Uhr arbeiten. Und wir könnten schon in den nächsten fünf bis zehn Jahren eine Antwort haben auf die Frage, sind wir allein? Werden wir schon im nächsten Jahrzehnt Kontakt haben? Diese Vorstellung verlangt viel Fantasie. Und doch halten Wissenschaftler es für wahrscheinlich, dass sich in den Tiefen des Universums intelligentes Leben entwickelt. Unser Sonnensystem ist ja nur eines von Milliarden Sonnensystemen in der Milchstraße. Ein kleines Fleckchen am Rande unserer Galaxie. Wohnen Nachbarn auf einem der anderen Flecken? Auch die Milchstraße ist nur eine unter Milliarden Galaxien im Weltraum. Viel Platz für kosmische Nachbarn, dachte sich ein Astronomie-Professor und begann 1960 nach ihnen zu suchen. Mein Name ist Frank Drake und ich habe die erste wissenschaftliche Suche nach außerirdischer Intelligenz durchgeführt. Frank Drake gilt unter Astronomen heute als Legende. Untertitelung Untertitelung des ZDF, 2020